So, auf geht's in einer neue Runde Hand Showdown. Diesmal wieder im zufälligen Trio. Jetzt kann ich mal ein bisschen weniger rennen, weil es nicht so unwahrscheinlich ist, dass hier ein zweites Team kommt. Eine Kasse! Die Kasse! Die Kasse! Der Boss hat er da drin. Ja. Ja, dann werden wir später auch einen Spaß hier haben mit anderen Spielern. Hm. Oh god, oh god, oh god Come on Wenn ich gerade so gut schieße wie bisher, dann habe ich gleich ein Problem Das war zumindest ein Hit Das war immer besser, wenn der andere Zeit wieder rauskique sind Auch das war ganz wichtig Um das war so blabber ich die Leute Ich bin damit, die Leute anschauen Sobald das Wudı Was ist das? Was ist das? Ich weiß gar nicht, ob das drin oder draußen ist Okay, das war zumindest dieses Team Ich weiß gar nicht, ob das drin ist Jetzt müsste doch eigentlich bald das nächste Team auftauchen Schließereien sind beendet Das war's mir Ich weiß gar nicht, ob das drin ist 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 Jo, dann ist der Team weg Ich weiß gar nicht, ob das drin ist Auch wenn ein Pipot Aber schieße ich eigentlich heute ziemlich scheiße. Damit werde ich jetzt anfangen können. Dann würde ich sagen, können wir raus. Das werden ja die Sieger aus einem anderen Kampf gewesen sein, den man gerade eben gehört hat. Dann sollten eigentlich alle weg sein. Der Overkill war mit zweien. Und nicht der Kopf, den ich eigentlich treffen wollte. Und nicht der Kopf. Und nicht der Kopf. Und nicht der Kopf. Ja gut, komm her. GG. Und nicht der Kopf. Alter, hier ist schon was los, ne? Aber warum? Die können nur ein paar Schritte gemacht haben. Ja, genau in unsere Richtung anscheinend. Brauchen wir gleich mitmachen. Oh, da hinten wird auch geballert. Hier ist alles vertreten. Was, was, wie, wer? Hier ist alles vertreten. Drehen. Ach so. Meathead. Direkt drüber ist das Klu. Geh ich mal nicht hin. Was machen die denn da? Ach, da ist der Boss. Oder wie? Ne. Das war jetzt auch bloß ein Meathead, oder? Nein, der Boss ist hier. Deswegen drehen die hier so durch. Oh, das war's. 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 ok mädel das ist ja für ich war kein von hinten oben ins weiße haus ist jemand reingegangen hinten oben ins weiße haus also ich finde ich hier Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Da hast du Luke aufgehangen. Na, Treffung. Er zieht auf dich, der extra kommt. Das war's für heute. ... ... ... Nur ein Hit Von links da hinten ist einer Da ist auch ein Hit da rum Hier hinten ist einer Bluten und anzünden, das ist dreckig Der eckige Pack Genau Ich hab nur nichts zum anzünden Achso, das ist schlecht Warte, ich komme Kommt eine Ahnung, kommt eine Ahnung Keine Ahnung, ob man noch hier oben ist Ich glaube aber nicht Hier drüben unten Scheiße, ich weiß gar nichts mehr Oh jetzt Oben ist einer Oben bin ich Ne, aber da oben wird durchschossen Ja, schießt von unten nach oben durch Achso, dann wird durchschossen Achso, hinter mir ist das zu ruhig, die sind bestimmt alle hier schon Obgetradet 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 Halt, bleib hier Wo liegst du Wo liegst du, oben unten Oben im hinteren Haus Da kommst du ja genau Fack, Mann Ja Ja Weggeschwächert Alle tot? Mhm Warte mal, ich guck nochmal Ja Safe Da kann man noch weiter Hier rein Gut Los, raus Wo ist denn der Ausgang? Ach, der ist ja nah dran Was ist denn der Ausgang? Ich bin fest und noch safe das ist doch ein schönerer Abschluss ja und noch safe ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020